Hallo Leute und herzlich willkommen auf eine neue Folge TTT. Mit dabei ist der Max. Hallöchen, ihr könnt das Video auch aus meiner Sicht, auch aus meiner Sucht sehen und ja, viel Spaß. Es gibt zwei Enderkisten, habe es auch noch nie gecheckt. Ich habe die Enderkiste bekommen. Ja, ich auch. Also Leute, falls ihr nicht wisst, worum es in dem Spielmodus geht, es gibt Detectives, die müssen die Traitor killen, die Traitor müssen alles andere killen und die Endos müssen einfach nur überleben, soweit ich weiß. Und ich werde gerade schon hart penetriert und bedroht, ja. Zweite Runde. Leute, zweite Runde ist da. Genau. Die werden ein anderer Spieler sein und ich Dings da, der nicht der Traitor. Ich mag es sein, Traitor zu sein, Leute zu kostenlos umzubringen. Ja, wieso nicht? Nicht bestraft zu werden. Die Map, die Map kenne ich irgendwoher, gibt es ja auch auf Gomme. Vielleicht. Kein. Alles. Ja, Gomme ist das auch. Ja, das ist so eine Standard-Map. Aber die Map kenne ich eigentlich. Also von anderen Spiele aus dem Einkommen. Du bist auch in O. Jojo. Jojo. Okay. Jojo. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Jemand will mich töten. Ja, Kilding. Ähm. Er hört mich an. Und er hat mich okay. Ähm. Ich spiele diesen Spielmodus nicht oft. Alle hinter dir her. Nein, wieso ich? Ich bin auch Frieden. Ich bin auch Frieden. Ich bin auch Frieden. Du bist Frieden. Frieden. Stimmt. Das gibt ja auch so einen Tester. Ich habe die Falle aktiviert. Oha. Ey. Ja. Mann. Da waren zu viele Leute. So Leute, vierte Runde. Dritte. 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 Ich habe gerade den Sprung verkauft. Jetzt habe ich so viel Zeit verloren. Ich meine, sie hat uns auch schon langsam. Ist schon langsam Buggy. Dadurch, da, zack. Ein dickes Abstaubeln. Und ich kann Sprinten. Jungen. Okidoki. Du bist in Nussend? Du bist in Nussend? Weil der eine hat mich geschlagen. Ey. 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 Wir beide sind da inno. Du magst. Aber ich vertraue dir nicht. Guck doch bei TAP. Ja, was nicht TAP. Äh. User was moved out of your channel. Ja, jetzt bist du grün. Nee. Buddy left your channel. Ich überfordere mich überfordere Leute. Überall schlagen mich. Manche werden von TS rausgekriegt, wie ich nicht kenne. Was ich vertraute dir nicht. Klar kennst du dir. Leute. Leider kennen wir den muss man sagen. Ähm. So machst du. Ich glaub du bist die Traitor save. Ja, ja, bin ich. Ja. Leute. Leute. Vierte. 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 Vierte Runde. Mal schauen, wer heute so alles drauf geht. Erstmal Kisten looten. So. Perfekt. Bin ich ja mal gespannt. Oh. Nein. Ich hab vergessen, die anderen haben auch einen Bogen. zu tun. So. Herr Max. Wo bist du? Du bist ein Traitor. Ich sag's dir. Du bist ein Traitor. Ja. Du bist ein Traitor. Viertuell. Oh. Und ja. Ähm. Okay. Leute. Da sehen wir wieder. Dritte Runde. Vierte. Ne. Fünfte. Die Kiste. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Wo ist der Tastler auch vor. Dahinter ein Bild. Ja, da. Ich geh mal rein. Ähm. Ähm. Äh. Ähm. Äh. Ähm. Äh. 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 Alter ohne Wildwasser waren das für wicker. Äh. 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 Ich geh mal hier wie für schöne Wahre. Äh. Ich geh jetzt nicht. Eigentlichadene 혹시 das sehen, was immer Kerwa raros. auch der klick ja ich nicht so da ist ja nicht mag so ist ja max max ist hier kann ich nicht reingehen ich kann sie ich kann es in seiner sichtlichen sein gehen es geht nicht auch macht sich verfolgt oh mein gott er wird ich kittin ist max ist ein traitor er geht zu testen ich wette ist ja das war ein fehler jetzt gehen alle auf ihn ja gut wenn du einen armeis angreifte kommen die andere bienen leute nicht so leute letzt die nächste runde und die letzte runde ich habe es noch nie auf mainz auch gespielt ich habe es ein paar mal auf gomme gespielt und kommen also das unterbreche aber aufgaben spiele ich das nicht weil das sind richtige no hands also noch hins nicht dass die scheiße sind die spiele einfach richtig um für die kill einfach alle ja obwohl das zufällige tüten spielern ja verhandelt kommen hat da egal nix hätte wird er noch ein computer ist chips das mann oder sei es klar so nix so also herr max hau lieber von ihr arbeit du hast uns haben hinter der trader und jetzt mich ich wollte sagen wenn du mir nicht verfolgt ich habe das und grinsen am gesicht da ist auch aber ich habe ihn ich habe ihn du bist auf jeden fall bin ich traiter ich war kein bist du schaue ich sag nur eins wir sagen nur ein amig und dätschi ciao ciao